Ich habe nicht die Absicht, Skywalkers Leben zu beenden. Er ist von gewissem Vorteil für mich und meinen Thron geworden. Ich benötige nicht eure Zustimmung. Ich befehle euch, tötet Skywalker! Ich lasse mich in meinem Palast nicht herumkommandieren, Count! Wenn ihr meinem Befehl nicht Folge leisten wollt, dann wird es eurer Premierminister tun. Atai, was hat das zu bedeuten? Es tut mir leid, Eure Majestät, aber der Count hat recht. Die Jedi sollen sterben. Ihr seid nicht mehr leger geeignet, Königin zu sein. Atai, du Verräter! Dafür werde ich euch beide noch büßen lassen! Die Strafe für eine Sklaven, die die Befehle ihres Meisters missachtet. Schluss damit, Doku! Skywalker! Wie ich sehe, hält euch die Königin an der langen Leine. Noch einen Schritt weiter und ich werde ihr Leben beenden. Wieso sollte ich etwas auf diese Sklaventreiberin geben? Wohlwahrer. 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 Die Königin! Dieser Jedi hat sie getötet. Das ist das Zeichen. Los geht's, R2. Los rechst euch an ihm. Euer Hoheit. Kein Entkommen. Für keinen von uns. Wo ist Obi-Wan? Sagt es mir. Kadavo-System. Ihr hattet Recht, Skywalker. Ich bin eine Sklavin. Genau. So wie ihr.